ja mitte leute heute wollen wir mal ein bisschen über das schanzenfest 3.0 kann man so nennen sprechen ja was alles passiert ist und so weiter erst mal in den kommentaren steht oft war neues team ist und so weiter das freut mich wirklich sehr deswegen würde ich hier einmal erstellung beziehen was heißt das auf jeden fall morgen geht es weiter ganz normal ja einfach den letzten ein anderthalb wochen nicht so viel zeit dafür übrig aber morgen geht es weiter morgen 19 45 ungefähr plus minus ich versuche wieder so früh wie möglich online zu kommen und ja und dann wieder öfters die letzten wochen wie gesagt waren ja echt wenig und vor allem meistens auch kurze streams ja gut manchmal aber auch reiner selbst schuld wird einfach nicht kam oder nur eine stunde naja so viel dazu kommen wir jetzt zum wichtigeren thema und zwar das fest in der gewissen stadt lange war es ja so als wäre wirklich gar nichts passiert der furcht hindurch hat geschrieben also er war da geschrieben waren hier und da war ein paar leute da er wird schätzen auf insgesamt am tag verteilt 50 leute aber ohne wirkliche eskalation oder so bis am abend aber erst mal jetzt hier wirklich wieder gesagt wie ich eigentlich fast immer sage wenn irgendwas ohne stichhaltige beweise kommt es muss nicht so passiert sein wie es jetzt hier ja geschrieben wird sage ich mal dann sein dass die beiden jungs es geht darum dass katar angeblich zwei jungs bedroht haben soll von 16 jahren das muss nicht stimmen wir haben nur die aussage bei der polizei das kann jeder machen ich kann auch hingehen und sagen der reiner winkler der hat mich gestern aufs übelste bedroht und so weiter dann hätte ich auch so ein schreiben so nur so als kleine randnotiz deswegen würde ich sagen ich lese einfach mal den wichtigen teil vor ich werde es euch nicht zeigen weil das ist ein polizei das dokument auch wenn vieles geschwärzt ist sicher ist sicher ich werde sinngemäß vorlesen könnte mir glauben könnt ihr nicht glauben das volle dokument ist aber bei schanzen watch deswegen ja nachprüfen ob ich hier die freiheit erzähle was beiseite so es geht erstmal darum der antrags der anzeigenstelle erscheint persönlich im polizeirevier und teilt mit dass er grund des aufrufes bei telegram wegen des schanzenfestes nach in die gefahren ist dort wollte der anzeigensteller nur mal schauen was los ist durch den anzeigensteller wurde dann vor ort auch ein gespräch normal mit dem herrn c geführt ich denke ihr wisst wer gemeint ist danach fuhr der anzeigensteller dann weg mit seinem moped also da eigentlich durch den anzeigensteller wurde der telegruppe dann geschrieben das wort nichts los ist und man nicht kommen muss danach gab es eine rückfrage und durch den anzeigensteller wurde sein standort mitgeteilt darauf erschienen der herr c und eine weitere person vor ort und hat den anzeigensteller geschubbt und ihm schläge angedroht durch den herrn c wurde der anzeigensteller aufgefordert seine nachricht in den chat zu löschen weitere wurden noch der familie des antrags anzeigenstellers gedroht dass sie fertig gemacht wird und dass herr c bei ihm auftauchen möchte er hat mich auf das gar nichts verifizieren und er hat sie direkt von den beiden jungs also wieder alles quelle vertrauen ihr bruder deswegen seite vorsichtig was er glaubt und was nicht ja erstmal die erste wichtige info ist das schanzenfest hat die polizei da quasi mit eingefügt sage ich mal das kam gar nicht von den jungs also ich scheinen überall mitzulesen deswegen passt auf was ihr schreibt auch wenn telegramm sehr anonym ist wenn man weiß nie was da so ja welche möglichkeiten die polizei hatte ich habe keine ahnung von wegen seid vorsichtig was ihr wo schreibt wer weiß wer mit diesen ja das wollte ich sagen war sehr wichtig und jetzt dann erstmal wieso kommt man darauf als ich mein katal ist mitte 40 mitte 50 eins von beiden auf jeden fall wie kommt man darauf erstmal nicht mal alleine ich meine er hat immer noch leute mitgenommen die ganze zeit na klar kann natürlich auch sein einfach nur um sagen zu können ich habe auch ein zeugen dann ist quasi wieder aussage gegen aussage aber als mitte 50 jähriger mann zu zwei jugendlichen zu gehen und die irgendwie einschüchtern zu wollen und so weiter what the fuck na klar ich bin jetzt 25 so nah aber wird mir das jetzt passieren in der sekunde wie gesagt also ich erzähle erstmal er hat die personalausweise eingesackt und mit ins auto genommen damit irgendwas gemacht aufgeschrieben fotografiert was weiß ich und sie dann angeblich rausgeworfen so da war schon der moment wenn jemand mir meinen personalausweis abnehmen möchte kann ruhig haben hier kannst du dir nicht ganz freiwillig von meiner seite aus nehmen aber dann ist sofort die polizei angerufen aber direkt natürlich die jungs sind 16 ich glaube wenn ich neun jahre zu tränke ich glaube ich hätte mich erst mal eingeschissen um ehrlich zu sein aber ja deswegen so einfach wenn sowas passiert wie gesagt sofort versucht es nicht selbst zu regeln nicht irgendwie selbst handgreiflich zu werden selbst zu beleidigen was weiß ich sofort handy raus polizeien rufen sofort den namen sagen um wem es geht weil dann sind die person meistens weg so sobald so die polizei herangeht und sagt er hat sie der macht das und das dann ist diese situation quasi deeskaliert weil ich glaube dann ist selbst der herr c nicht blöd genug um wirklich dann noch weiter handgreifig zu werden deswegen sofort die behörde einschalten weil ja selbst zu regeln mag euch vielleicht im ersten moment cooler wirken oder selbstständiger aber ist immer deswegen seid so wie ich seit der alpha allmann und sofort die polizeien rufen so dann weiter dann ist anscheinend weggefahren und die beiden jungs haben sich dann beratschlagt jo wollen wir jetzt zur polizei gehen ja nein vorteile ja nein und sie haben sich dann dazu entschieden richtigerweise zur polizei zu gehen um das anzuzeigen denn wir wissen ja der gute herr c ist ja angeblich schon in der stadt bekannt dass er nicht ganz sauber zu sein scheint deswegen ist die polizei da auch schon ein bisschen hinterher laut meines wissensstandes natürlich so eine anzeige noch reinkommt da gibt der polizei wirklich wieder möglichkeiten die dürfen dann nicht einfach so bei dir reinkommen und sagen ich habe irgendwo gehört ich glaube du hast sie in den drogenmilieu am laufen was weiß ich ich würde gerne mal deine wohnung suchen können sie ja nicht aber wenn sich jetzt die anzeigen häufen ich meine wenn ich sage mal baby christy macht auch noch eine anzeige mit ihrem freund zusammen dann hat die polizei irgendwann wirklich genug handhaben um da wirklich einfach mal reinzugehen so und natürlich unter anderem ja einwand sage ich mal der bedrohung oder der körperverletzung je nachdem aber kann man ja noch nach anderen sachen suchen soviel dazu wie gesagt als mitte 50 jähriger gehst du auf zwei minder rege los weil die vor ihrem haus stehen was für dich anscheinend wichtig ist kann ich absolut nicht nachvollziehen und ich würde sagen wir nutzen mal reiners je nach fame denn seine abos die sind knapp über 200 203 ein paar tagen als jetzt gestreamt aber am donnerstag weil das glaube ich da waren sie bei 230 also sagt massiv runter die leute merken dass er kein content hat da muss ich auch sagen ich habe mich anscheinend geirrt ich dachte dass auch ohne die fake spenden reiner genug geld hat um in seiner neuen tiktok bubble zu überleben aber anscheinend hatte ich da unrecht es geht immer weiter runter ohne hate ohne ohne reiner ausraster und so weiter ohne mediale aufmerksamkeit geht das so schnurstracks nach unten weil rein das content selbst für tik tok einfach viel zu schlecht ist das müsst euch mal vorstellen leute auf tik tok deren wie soll ich sagen deren anforderungen das heute habe ich gesucht deren anforderungen schon so niedrig sind ihr kennt ja dann konnte so wie diese npc streams oder andere die einfach nur dumm vor der kamera stehen und tippen tippen liken liken sagen aber noch nebenbei videos machen das ist es nämlich so reiner denkt jo ich mache live streams und dadurch kommen genug leute auf mich zu das klappt aber anscheinend nicht er muss auch content machen aber das kann reiner nicht einer kann nicht von alleine content machen ohne videos zu machen wo über die hater redet deswegen ich habe die tik tok ja pappel bisschen unterschätzt überschätzt wenn es wie ihr wollt dass die reiner durchfüttern quasi aber neben ich habe mich zu blöd geirrt und vor allem es kommt dazu der first company vertrag ist heute ausgelaufen ich jetzt muss reiner sich nicht mehr in irgendwelche vorgaben von den halten dass er sich öffentlich nicht mehr ja in rage redet und so weiter weil das ja auch dann als vertragspartner die auch schuld die auch schadet wer weiß vielleicht jetzt weil der vertrag weg ist kann rein als vielleicht ne ich weiß nicht keine ganzen vertrag nicht mehr ob da irgendwas drin steht dass er sich gut benehmen muss aber ich denke schon weil ja es ist ein vertrag ich denke schon dass da drin steht jo du darfst nicht das und das machen du darfst keine anzeigen haben kein gefängnis was weiß ich deswegen vielleicht ja aufgrund der sehr schwingenden zuschauerzahlen plus dass der vertrag jetzt weg ist und er nichts mehr gebunden ist könnte es sein dass es bald knallt aber wer weiß das schon tschuldigung deswegen seid gespannt wenn der chat offen ist versucht vielleicht mal wir machen das ich würde sagen es ist eine gute idee zu sagen jo wenn der chat offen ist geht rein halt aber nicht er doch nur du bist dies und das du bist das und das drache voran dies das schreibt einfach mal rein jo dachen dort warum aber ist mit jemand zusammen der minderjährige bedroht oder sowas wenn ihr das selbst glauben solltet ist natürlich noch nichts bestätigt deswegen seid da vorsichtig ich würde sagen dazu ist alles gesagt es ist leider nicht so viel passiert wie ich gehofft habe es war kein stream oder ähnliches da aber mal schauen das wochen ist noch nicht vorbei und die adresse scheint ja richtig zu sein die wir haben weil zuerst für baby chrissy bedroht sie war da so auch wenn sie sagt die standen irgendwo ich bin mir sicher dass sie genau da waren wo auch immer sie es wussten keine ahnung aber die reaktion ist ja ähnlich es eskaliert katar das dümmste gemacht was er hätte machen können und ja deswegen ich bin überzeugt dass das richtig ist was wir da haben wenn ihr die schad besuchen wollt macht das aber halt euch an die regeln macht kein müll dies das ihr kennt es lasst einfach die andere seite eskalieren lasst einfach die andere seite eskalieren und geht aus der situation raus bevor es brenzlig wird ich würde sagen ich habe genug gequatscht und wir sehen uns beim nächsten video rein